Wenn du bereit für die Führerscheinprüfung bist, kannst du das Auto anlassen. Wenn du bereit für die Führerscheinprüfung bist, kannst du das Auto anlassen. Wenn du bereit für die Führerscheinprüfung bist, kannst du das Auto anlassen. Okay, ich bin bereit. Okay, ich bin bereit. Okay, ich bin bereit. Okay, dann fahr bitte bis zum Ende der Straße. Okay, dann fahr bitte bis zum Ende der Straße. Wohin soll ich dann fahren, wenn ich das Ende der Straße erreicht habe? Wohin soll ich dann fahren, wenn ich das Ende der Straße erreicht habe? Wohin soll ich dann fahren, wenn ich das Ende der Straße erreicht habe? Biege an der Ampel links ab und fahre dann geradeaus weiter. Biege an der Ampel links ab und fahre dann geradeaus weiter. Fahre ich gut, meinen Sie, dass ich die Prüfung bestehen werde? Fahre ich gut, meinen Sie, dass ich die Prüfung bestehen werde? Tut mir leid, aber ich kann dir erst am Ende der Prüfung eine Antwort geben. Tut mir leid, aber ich kann dir erst am Ende der Prüfung eine Antwort geben. Okay, ich bin sicher, dass ich eine tolle Fahrerin bin. Okay, ich bin sicher, dass ich eine tolle Fahrerin bin. Okay, ich bin sicher, dass ich eine tolle Fahrerin bin. Ich bin sicher, dass ich die Fahrerin bin. Vielen Dank.